Hallo an alle, willkommen in meinem Kanal heute ich kam mit einem köstlichen Kakao-Cookie-Rezept zu Ihnen. Lassen Sie uns beginnen, unser Rezept sofort vorzubereiten. Nehmen wir zwei Eier und ein halbes Glas Zucker in einem geeigneten Behälter. Wenn Sie noch nicht auf meinen Kanal abonniert sind und Sie können mich unterstützen, indem Sie alle meine Videos verfolgen, denken Sie daran, die Klingeltone sofort von schönen Rezepten voneinander informiert zu lassen. Vergessen Sie nicht, mein Video zu mögen und meinen Kanal abonnieren. Eine Tasse Mehl, eine Packung Backpulver, eine Packung Vanille und drei Esslöffel vollen Kakao. Ich füge sie sofort in eine Reihe und mische weiter. Wir machen dieses Cookie ohne Kneten in irgendeiner Weise. Sie sehen unsere Spatel und wir werden den Teig von Cookies machen. Der Teig, der eine weiche Konsistenz sein wird, mischen wir schnell durch Drehen von unten. Mithilfe von Spatula, lassen Sie uns weiterhin in keiner Weise zur Lumpi. Dieser Prozess kann etwa zwei oder drei Minuten dauern. Es gibt Vorteile, geduldig zu sein. Wir drehen es auf der Unterseite, wie Sie sprechen. Ich mache unseren Teig auf der Oberseite des Teigs gemischt und mit dem Spatel zerkleinern. Ich werde Pack-in-Freunde halten. Ihre Erfahrung auf diesen Cookie, wie Sie sehen. Ich bin sehr froh, wenn Sie mit mir im Kommentarbereich teilen. Es kann jede Blume von Freunden bis zur Bureia sein. Any Insect kann sein. Ich bitte um Kommentare von Ihnen. Bringen wir unseren Teig schnell in die Konsistenz. Unsere Teigpaste ist eine Konsistenz wie Freunde. Sie werden von Ihnen sehen. Ich habe wirklich ein Tablett voll Keks mit einem sehr einfachen Rezept zu wenig Material gemacht. Es war köstlich. Die Konsistenz, wie Sie sehen können, war schön. Spatula mit einigen Kanten. Dann bin ich bereit, alle Kanten mit Hilfe von Löffel zu entspannen. Do it in this way. Wir gehen in die Ecke der Kante und hören wir etwa 10 oder 15 Minuten im Kühlschrank. Wenn Sie einen Blick haben, können Sie in einer längeren Zeit ruhen. Es kann 20 Minuten, 30 Minuten. Machen Sie irre. Kamera scharfe, was ist die Jo-Botik? Okita Bendopo, welche Schraube qualifiziert Jo-Falkan? Getreidehallen komme des Schrank und polnisch in. Ich hörte meine Ernten neu quere jetzt auf bla verbringen Wolf-Stick-Programm auszuformen. Ich fange an, trockene Cookies zu geben. Ich habe genug, um den süßen Löffel mit Hilfe von etwa dann in der Hand zu füllen. Ich bin rund 4 oder 5 Esslöffel Pulverzucker. Gerundet und in Pulverzucker eingetaucht. Wir überspringen nicht den verbleibenden Pulverzucker. In keiner Weise andere Süßigkeiten sind auch. Es ist ein perfektes Dessert, das in einer sehr kurzen Zeit vorbereitet werden kann, wie Sie sehen können. Nicht in normaler Cookie-Konsistenz, Freunde sind. Eine leichte Kuchen-Konsistenz nach dem Brieing. Wie Sie sehen können, erhalten wir erstaunliche Cookies, die wir in Minuten vorbereiten können, sogar im Kühlschrank speichern können. In der Zwischenzeit sind unsere Cookies etwa zwei oder dreimal die Formen, die wir bieten. Wenn Sie die Form selbst anpassen möchten, weil es Prägepulver ist, können Sie sogar größere Teile handhaben. Wenn Sie mehr Menge Einen Teig haben möchten, der sich sehr einfach anfühlt, wie Sie sehen, so dass Ihre Freunde einen Teig loswerden, der auch mit einem sehr einfachen Prozess behandelt wird. Ich habe noch nie getan, also nähere ich mich jetzt alles, was ich abgeschlossen habe. Zunächst einmal, da das Pulver ein bisschen Zucker genommen hat, lassen Sie sie wieder aus dem Pulverzucker finden. Einer der wichtigsten Punkte der Tricks ist notwendigerweise viel Pulver, um schöner zu sein, um Ich gekocht bis etwa 15 Minuten im Ofen vorgewärmt 200 Grad. Lassen Sie uns kontrolliert werden und meine Cookies sind jetzt im fertigen Tablett verfügbar. Ich will dir ein bisschen cool zeigen, dass Ich nach dem Kühlen des Dienstes warten werde. Sie waren unglaublich schön, dass ich gerne Meine Platte nehmen und zeigen Ihnen schließen. Ich bin sehr schön, hinzufügen, was ich auf diese Weise Vorbereitet habe, jetzt kochen wir auf diese Weise. Wir kochen auf diese Weise, jetzt kochen wir es auf diese Weise, jetzt Kochen wir auf diese Weise, jetzt kochen wir es auf diese Weise. Ich werde dir zeigen, dass ich sofort meinen Kaffee trinken möchte. Sie können Ihren Kaffee in Minuten mit einem unglaublich leckeren. Wie Sie sehen können, werden Sie verdienen, wenn Sie Freunde nennen. Im Inneren ist ein extra leichtes Snap Cookie. Wie Sie sehen, es war ein großer Cookie. Ich bin sehr zufrieden, wenn Sie mein Rezept zu Kommentaren Schreiben, wenn Sie meine Freunde Rezept nicht gesehen haben. Ich bin sehr zufrieden, wenn Sie meine Freunde Rezept zu Kommentaren schreiben. Wenn Sie nicht mögen, meine Freunde Rezept. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie zu Kommentare schreiben. Ich bin mit Ihrem Wunsch, in meinem nächsten Video zu diskutieren. Viel Spaß! Ich bin mit Ihrem Wunsch, in meinem 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 Wunsch, in meinem